Ja, nochmal ein Zwischengericht. Ihr seht, hier unten ist alles ein bisschen rot markiert. Das sind die Flächen, auf denen wir uns wegen des zu niedrigen Lichtlevels noch spawnen können. Ich habe also hier innerhalb des Gebäudes jetzt einiges an Ausleuchtung geschaffen und auch schon ein bisschen designmäßig. Mal schauen. Und ja, gute Treppe haben wir. Aber es sind immer noch Mobs da. Das liegt an den Nebenräumen, die noch nicht gut ausgeleuchtet sind. Hier sollen ja oben hier in Wertet-White-White-Lamps rein. Man wird dann sehen, wie weit das reicht, ob man die Säulen, die was noch Fackeln machen muss. Und das ist also alles noch im Werden, wie ihr seht. Ja, und ansonsten hat das Gebäude halt schon einen gewissen Stil, denke ich mal. Also hier die Fahnenmasten werden natürlich demnächst auch noch mit ordentlichen Fahnen versehen. Oder man wird sehen. Ja, soweit, wie gesagt, ein kurzer Zwischenbericht. Und weiter geht's, wie gehabt, in der nächsten Folge. Bis dann. Ja, soweit, wie gesagt.